Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play von DMX Gaming. Wir sind nur zu zweit heute. Ich, der Andi und Marcel. Ah, der gut aussehende Marcel, bitte. Der Marcel? Halt mir so fest. Wir nehmen heute mal Left 4 Dead 2 auf. Das ist schon ein etwas älteres Spiel. Ich glaube, von 2009 war es, wenn ich mich nie verlesen hatte. Ja, wenn ich Ahnung hätte, würde ich besser zu sagen. Ja, hast du natürlich nicht, ist mir klar. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an, weil es ist einfach nur ein riesen Gemetzel, was uns erwartet. Äh, Controller oder Maus? Ich spiel mit Maus und Tastatur. Also, Controller. Geht auch, also ist jetzt, glaube ich, nicht so ausschlaggebend. Ja, kann man über das Spiel raus was sagen, außer dass es einfach nur töten heißt. Storys kann ja dahinter, oder was, so ein bisschen? Na doch, man muss schon ein bisschen mit... Naja, im Endeffekt bist du Überlebende, die versuchen zu überleben. Überleben? Alles klar, Alter. Ne, ne, Kinder, na doch, na ja, will ich jetzt nicht sagen. Verrate ich ja, was passiert. Also, wie es reale Leben, einfach nur durchkommen irgendwie. Oh, Ladezeit, 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 Ladezeit. Der Ladebüttel, 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 Ladebüttel. Das leid immer noch bei mir. Ah, tadaaa. Das ist laut. Boah, übel laut. Hey, komm zurück! Das ist doch gar mit deutscher Synchronisation. Ach, ihr kommt doch nicht zurück. Boah. Der Hubschrauber fliegt wohl zum Evakuierungszentrum. Mein Controller funktioniert gar nicht. Mein Controller... Äh, ich glaub, da unten geht's rund. Nehmt Waffen mit dir. Hihi. Guck mal, ich hab zwei. Sind das unsere Freund... Hilfe! Wie nehm ich das auf? E, Y, E. Welche Waffen nehmen? Die Knarre. Warte mal kurz, warte mal kurz. Wie machst du dich das? Hab ich mich? Du bist sau, sau leise bei mir. Warte. So, Waffeobjekt wählen. Ah, locker easy. Oh. Nehmt man da lieber ne Knarre oder ne Axt? Hallo? Hallo? Ah, du wirst böse. Böse, böse, böse. So, ich muss immer noch was umstellen. Das geht hier nicht so richtig. Das ist ganz schön laut irgendwie hier, so. Ja, sag ich ja. Deswegen muss ich... Rauschwerk im Spiel, zock. Zock, zock. 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 Seat. ORTIG. SAIK. Muss das auch noch mal ausmachen? Multiplayer? Was... Gamepad aktiviert, ja. So kannst du auch restrausfertigen. Äh, RÖ... Hallo, Spiel? Auch mein Gamepad�... Das ist er Rich держansam. Ähm, ja... Der Fodelt ist abgeschmiert. Ohne Scheiß. Ja. Das ist schon krass. Ziel. Hocke. Inaktiv. Oh, Hilfe! Was ist? Oh, schnell drehen. Kannst du wieder nachjoinen gleich? Nein. Pistolen haben unbegrenzte Munition. What the fuck? Kann man nicht? Kann man auch irgendwie die... Doch, ich versuch's. Kann man die Ding ins Ziel? Wie nennst du das? Da Korn und was weiß ich? Mit der Knappe? Na, mit zwei Pistolen oder was? Wie soll denn das gehen? Ich hab nur eine. Kann man zwei nehmen? Wie nehm ich das auf? Viereck? Woah, what the fuck? Ich hab mit zwei Pistolen, Junge. Springen. Auf Kreis kann man nichts machen. Ach, du hast ja gar keine Kontrolle. Dreieck. Schlagen. Ducken. Ducken. Ducken, schießen. Oh krass. Zack, 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 zack. Bist du fertig? Ich connecte grad wieder. Der Coach ist jetzt der Coach. Aber ich hab trotzdem zwei Waffen. Auf Kreistuschen. Alles klar. Da bist du doch. Jetzt bist du auch nicht mehr der dicke Coach. Der dicke Coach. Alles klar. Oh oh oh. Diese Steuerung. So lange nicht mehr gespielt. Ah, Hilfe. Kann man irgendwie sprinten? Nee, man kann nicht sprinten. Okay, auf geht's. Also einfach Zombies killen, ja? Zombies, Zombies. Zusammen bleiben und überleben. Alles klar. Komm, Zombies. Ey, yo, yo, yo. Die Steuerung ist ganz schön schwammig. Ja, hier ist die Tür. So. X-Tür öffnen. Hilfe! Alter, ich... Ich hab sowas von den abgeranzten Scheiß-Aim. Ah! Hilfe! Aua! Für euch ist es doch ein bisschen schnell. Das ist schnell. Okay. Die Einstellung. Tastaturmaus. Horizontale. Ja, aber das ist schon... Komisch. Das ist voll komisch zu schießen, ohne zu zielen, so. Bam! Oh! Oh! Ratter, ratter, ratter! Oh mein Gott! Hilfe! Hilfe! Hinter dir! Huui, huui, huui! Aus, 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 aus! Wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. Oh mein Gott, ich bin noch mal wieder. Das sind nur... Die normalen Zombies. Kann man sich gegenseitig verwunden? Nee, oder? Ja. Ja, nein. Da kommt was... Einfach geht's nicht auf normal schon. Oh mein Gott! Das ist ein Charger oder wie der heißt. Boomer. Der rums dich weg, ne? Den hab ich... Den Boomer hab ich geboomt. Oh mein Gott! Ich komm nicht weg! Oh mein Gott, ich komm nicht weg! Voll die Ratter-Action hier. Naja, ich dachte doch, das ist reines Gemütze. Ich meinte das ernst. Hinter dir, Junge! Ach du bist das ganz... Der fette Schwarz ist im Weg. Achso, ich kann durchlautschen. Der fette Schwarz ist im Weg. Oh, was ist das hier? Nicht mehr der Säure. Alles klar. Was macht man denn? Ich kann nicht waffen. Rohrbombe. Das ist immer gut. Weil die... Das ist... Also... Piper... Ähm... Die schmeißte... Ähm... Und... Hier stehen noch welche. Und dann piept die so und dann lockt die ganz viele Zombies an und dann expediert ihn. Habe ich jetzt mal... Habe ich jetzt ein Medikett? Ich bin richtig behindert. Nackerm Waffe. Hilfe! Oh mein Gott! Ich kann das Medikett nicht aus der Hand nehmen! Oh! Hä? Das ist grad... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich komm! Ich komm nicht weg! Du stirbst! Ich bin festgepackt gewesen, oder? Ey, ich brauch das Spiel nicht mal, du bist schon tot! Oh, was sagst du? Ja! Ich hab' mich schnell hier gegen mich gestorben. Ja, das ist so ne... Wie so ne... So ne... So ne... Etwas starkeren Zombies. So ne... Special Zombies, wenn du so willst. Davon gibts den Charger, den... 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 Deaktiviert, fertig. Alles klar. Geht's dahinten durch weiter? Oh mein Gott! Hilfe! Ich liebe das Spiel, ja. Töten! Oh, sorry. Arschloch. Lass dich hier hinten weiter? Ich bin halt übel nicht der Maus und das er durchspiele. Richtig kompliziert hier. So. Mach's hier hinten weiter. Mit F schallst du Licht an und aus. Das ist wichtig, falls nachher eine Witch kommt. Eine Witch? Ja, das musst du dann schon merken. Eine Witch. Das ist so eine, die macht so, hey, hey, hey. Und kommt dann in der Ecke und nicht anreift. Die macht so viel Damage. Zwei Hits und du bist down. Locker easy. Oh mein Gott, was machst du? Hilfe! 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 Ah, ihr Retter-Coach. Alles klar. Danke, Bruder. Hilfe! 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 Was machst du denn? Achso, du bist vollgekotzt. Oh mein Gott, die ganzen Zombies rennen auf mich vorbei. Die wollen mich kommen. Achso, ja stimmt, weil die vollgekotzt bist du dann noch für die Zombies da. Guck mal hier. Oh, schon weg. Alter, ich hab grad hier. Kann man sich immer wieder heilen? Was kann man? Mit dem Medi-Pack immer wieder heilen? Ja. Ist das unbegrenzt, ja? Ja, du musst halt nur Medi-Kind finden. Ah ja, dann ist das ja nicht unbegrenzt. Alter, das Spiel ist so laut, ja. Immer noch. Naja, das musst du fast runterstellen. Ja, nur wenn du sch... Alter, wie blutig du bist, ja. Richtig. Hast du mal einen weißen Anzug, jetzt ist er rot. Die Treppe wieder runter! Juhu! Wie hocke ich mich in den Steuerhaut? Oh Mann. Ja. Schieße deutlich genauer. Aber ist komisch, wenn wir in der Tastatur. Tür öffnen, schließen. Hey! Oh, Hilfe! Lass die Tür bloß zu! Lass die Tür bloß zu! Oh nein. Wie ich einfach mal zu weit nach hinten gelaufen bin gerade. Wieso, was ist denn da? Ganz viel Feuer jetzt draußen, guck mal. Der ganze Flur brennt jetzt. War da hinten auch schon. Wieso... Gewehre! Das ist ne Magnum. Das ist kein Gewehr. Zu lügen, das ist ne Magnum. Wow! Was hat das denn schon wieder? Das waren... Das waren Hunter. Die springen von weit weg. Wie kann ich die Waffe aufnehmen? E geht nicht, oder? Oder ist das... Kann ich die Waffe fallen lassen? Wie geht das? T? Ich bin total überfordert. Geht's bei euch, oder? Na ja, ist ja egal. Ähm... Wo bist du überhaupt? Außen. Achso. Wir müssen nach außen lang. Oh, Kettensäge gibt's hier. Interessant. Ist das gut? Na, die müssen... Die brauchst du nur rennen lassen. In der Sterbensahne. Ja! Weil die hat halt... Nur ne bestimmte Anzahl. Boah! Und... Ninja schert ist auch nicht schlecht. Naja, wie gesagt... Nahkampf ist allgemein eigentlich nicht so empfehlenswert. Ist mir egal. Außer Männer, Kettensäge auch. Kettensäge ist halt irgendwann leer. Ja. Hm... Was liegt hier noch? Das bist du, oder? Alter, übel geköpft! Oje! Das müssen wir ab 18 schalten! Meister? Ja. Ich hab' mich über die Köpfe fliegen lassen. Was ist das denn schon wieder? Boomer-Kotze! Gehen sie weiter, stellen sie sich gegen den Joker. Ich bin gleich tot, tot, tot! Du wurdest gerettet heute nicht. Ein Boomer ist auf ihnen geplatzt. Oh oh! Schön, dass die alle auf euch eigentlich fühlen. Ich lebe noch! Ja krass, das hätt ich jetzt nicht gedacht. Irgendwie seid ihr alle vollgekotzt, kann das sein? Alter, das ist ja richtig komisch. Das sind ja richtig fuch'n Zombies hier. Guck mal, hier hast du auch so ne Boomer-Kotze. Da kannst du mit Zombies... Zombies werden auch nicht greifen, die alle den einen Zombie an. Alles klar. Du kannst halt nur einmal... Guck mal, hier ist ein Medikit. Und... Oh, ein Defi. Augen wie ein Lux. Und hier ist nochmal... Ach, Schmerzmedikit. Elektroschock, oder? Hast du jetzt alle Medikits? Bin fast tot, du Arsch! Das sind Schmerzmedikit-Medikits. Da ist das selbe in grün. Ah, da liegt doch noch eins. Oh Mann, ich muss hin. Komm her, jetzt hier! Es geht weiter, Jung! Und was machst du mit dem Defibrillator? Leute wiederbeleben! Oh, da kann man nicht, oder was? Nein. Okay. Also haben die ihren schon verbraucht. Ne, doch! Du liegst ja am Boden, aber das Ding ist, äh... Du solltest... Ach, bist du behindert, Alter? Ah, das macht dir ja schade, ne? Aua, aua, aua! Jetzt bist du dem. Ops! Also wenn du mal Medikits mitnehmen... Sollen wir jetzt ein Defi, weil ein Defi... Naja, weiß noch. Ich schad' keinem zu mehr, ich schad' das benutzt. Weil wenn ihr am Wohnigen kannst du denen auch so hoch helfen. Die haben einfach noch mehr Gesundheit. Achso! In seinem Wohnigen ist eh zu spät. Jetzt guckt die anderen zwei so. Hallo Rochelle! Hallo! Hilfe! Was ist das? Hilfe! Ach, das ist schon schon fertig, oder was? Nein! Was geht das los? Warum ist das so komisch so? So nebelig... Ach, die... die Fitch! Weiß brennt! Achso, okay. Wir werden draußen bestimmt erwartet. Also macht euch bereit! Wie prescht die Tür auf? Machen sie den... Macht euch bereit! Wie prescht die Tür auf? Wie prescht die Tür auf? Äh, genau so. Knarre, knarre, knarre! Die Meute aufgewiegelt! Super gemacht! Hast euch bereit! Adrenalin! Boah, ich seh' gar nix! Siehst du was? Ich hab' ne Maschinenpistole! Ich auch. Adrenalin, ist das gut? Kann man's benutzen? Schau' mir mal drüber hin rein! Äh... Boah, krass! Ja, na du hast ja seit vor Zeit nicht mehr so... Boah! Power! Aua! Was ist das jetzt denn? Wie gefühlt? Das sagt halt nach ner Zeit an! Aber man hört nix mehr dann so, voll dumpf nur! Ja! Nehmen wir nochmal ne neue mit für Munition! Was liegt da? Boah, ist ne Medi-Catch! Ja, das liegt dein Defi da! Ich dachte, sie sich auch... Übrigens, die, die vorne stehen, sollten sich immer geduckt halten! Da ist ne... ne Shotgun, glaub ich! Da ist ne Shotgun! Ja! Alles klar, läuft! Wollen wir? Da nehm' ich auch! Jawoll! Alter, da ist doch was grünes! Boah! Da war was grünes! Hilfe! Boah, ich seh' hier einfach mal gar nix, ne? Hä? Hallo? Den hat's erwischt! Du stehst im Feuer, Alter! Ich steh' hier zwar nicht im Feuer, aber läuft's! Ich steh' hier zwar nicht im Feuer, aber läuft's! Jawoll! Juhu! Hallo! Oh oh, ich bin nachher! Okay, Shotgun finde ich nicht so geil! Ich seh' gar nix, Alter! Schmerzmittel! Ja! Wo ist das? Da! Oh mein Gott! Ich hab' nur anrennen sehen! Boah, ist das Level krass! Hier liegt was! Warte mal! Ah, toll! Okay! Okay, Mensch! Oh! Oh! Hilfe! Boah! Der ist weggefetzt! Oh oh! Überall säuerung! Oh oh! Ich komm' nicht! Das sind die schnellsten Zombies, die ich je gesehen hab! Das ist krass, ja! Was bist du? Was ist das? Ein Wurfobjekt! Problem ist, es gibt auch nen Tank! Oh! Und... Ah! Schutzraum, genau! Ein Tank inwiefern? Schutzraum, denn ist... Folgende Ende! Also bis hier ins Ende! Schon vorbei! 85, du Bitch! Ja, es gibt hier immer ne Statistik so zum Ende des Levels quasi! Und dann... Viele mal Platz... Oh, guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Nachhinein Waffe... Puh! Du bist doch der einzige Deine Benutzertum! Risch komisch! Risch kum ja lab, ey! Da war ja mehr so... Einführung, ne? Null! Hahaha! Ich war ja... Ich wurde auch immer nur gefangen von denen! Und das war die erste Mission, ja? Ja, das war's ja! Also... Huftala! Ich muss bei der nächsten wieder! Alles klar, tschüssi Jungs! Bye bye! Tududu!